Hallo liebe Freundinnen und Kameraden, heute Frühstück aus dem BRD Gulag, 13. Oktober, wirklich nur sehr kurz, weil mein Vater ist da, ich treffe mich mit ihm und der steht immer früh auf und wenn er zum Mittag ist, da frühstücke ich, da schlafe ich eigentlich noch und ja, drum kann ich mich jetzt nicht hier vollhauen. Aber ich werde, ich teste gerade diese Hanf, München, Hallertau, Holledau, das war das größte Hanfanbaugebiet Europas und da gibt es die berühmten Hanfdrinks, Hanfsamendrinks, so ein Liter, den gibt es entweder Barista, Klassik oder ohne Zucker, aber auch ohne Süßstoff und kostet so 3 Euro bis 3,50 Euro die Liter Packung. Ich frühstücke jetzt hier diesen Hanfdrink, der ist chemisch exakt der Milch nachgebildet, ich habe gestern, habe ich auch Sachen da mitgemacht, du kannst also wirklich Pudding und so Zeug machen und das ist ein echter Milchersatz, so wie Hafermilch, nur lächerliche 3,50 Euro oder 3 Euro, wenn ihr Glück habt, der Liter. Und dann hier noch türkischer VIP-Klassik-Instant-Kaffee, ja, ich meine, Anti-Imperialismus hin oder her, aber bei den Marken, da kann es gar nicht adlig genug sein, VIP-Royal, Max-Royal, alles ist VIP. Ach, gestern habe ich mir so einen Livestream angeschaut von Darius, 150.000 Abonnenten, boah, 4.000 Live-Zuseher, boah, ich weiß gar nicht, wie man den langsamen Chat und so reinmacht. Ich sage ja, es macht sich wirklich bezahlt, wenn man sagt als Ausländer und auch mal zugeht, Mensch, ich würde auch als Ausländer und Iraner, Jubelperser und so, voll laizistisch, ich würde auch die AfD wählen. Das erinnert mich damals so an Hans-Joachim Müller, der hatte auch immer so 4.000 Live-Zuseher und 150.000 Abo oder Feiko Stölzer und so. Ach, hätte ich doch damals mitgemacht, da bei dieser AfD-Sache, diese Typen in der AfD, die haben es einfach drauf und du kannst ja bei YouTube, bei YouTube, das kann man schon pushen, also wenn man da so 5.000 reinballert, dann kriegt man da auch 150.000 Abonnenten, 4.000 Live-Zuseher und so. Den ganzen Spuk, den kannst du auch so ein Jahr durchhalten. Aber entscheidend ist doch bei YouTube, wenn du bezahlst, dann wirst du vorgeschlagen Leuten, die sich für sowas interessieren, obwohl sie dich nicht abonniert haben. Also nicht so wie bei uns, die uns abonnieren mit Glocke und dann entabonniert werden und nie benachrichtigt. Richtig, das ist das Shadowbending, sondern wenn du als Ausländer die AfD liebst und mit ihnen zusammenarbeitest, dann wirst du vorgeschlagen auf YouTube, auch wenn sie dich nicht abonniert haben. Ja, und Darius macht das sehr gut, die vielen also witzigen und guten News, die man an ihn ranträgt, die bereitet er auch gut vor und trägt sie vor. Ist ein guter Junge und er hat gesagt, er ist 33 Jahre alt und das ist so, wenn man eine Glatze hat, sieht man ein bisschen älter aus, aber ich mag ihn, ich finde ihn putzig. Also es ist ein schöner, man kann ihn gucken, um zu sehen, wenn wichtige News zusammengetragen werden. Allerdings sollte man natürlich wissen, dass der unsichtbare Feind mitspielt, nicht wahr? Also gut, jetzt trinke ich weiter meine Sojamilch. Hans-Joachim Müller, einfach zu geil, so ein SED-Heini, macht hier einen auf Reichsbürger. Es ist schon wirklich Cabaret, eigentlich ist YouTube das Cabaret, ne? Also macht's gut, Freunde, bis später.